So, hello, hello, heute spielen wir wieder Bad Wars mit den guten alten Tobias. Ich bin der Beste, ich mache jetzt Leute kaputt, Leute, die Map kenne ich noch gar nicht. Wir sind Team B, man hat nur so 3-Modus und 4-Modus, weil das das witzige ist. Ich mache mich rüber. Wir sind pink. Jürgen, pink ist deine Lebe. Die Wolle. Die Wolle. Jürgen, nein, Jürgen, ich möchte dich anspucken, wenn du das machst. Okay. Ich baue dich in den Winter. Du musst immer anfangen, musst du das ganze Gold, musst du einfach in die Kiste lagern und dann holt man sich, solange das Gold, äh, Dingsbums, holt man sich dann, äh, hier. Du musst Wasser drüber geben nachher, gell? Wegen, äh, nee. Broktile Dings, die kommen gar nicht hoch, wenn du Wasser drüber gibst. Naja, das ist das Ding, die können aber auch sehr gut darauf landen, wenn die sich von oben runter bauen. Oder du bist Leiter. Hey, Jürgen. Bau dich schnell rüber, bau dich schnell rüber, oder? Warte, ich glaube, wir müssen warten. Äh. Oh, oh, Tops, die kommen schon. Sicher? Egal, ich fahre mich noch hoch. Ja, mach, 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 mach. Ich schau mal, irgendwie, dass ich den krieg. Ich werde zwar nicht mehr zurückkommen, aber egal. Ich renne einfach zu dir hin rüber. Nimm das Bett noch nicht gescheit einbaut, warte, ich renne einfach rüber schnell. Hast du dir auch schon nix geholt? Äh, äh, wie heißt's? Oh, bitte. Oh mein Gott, das war so knapp. Ich hatte fast einen Block zerstört nach ins Bett. Äh, okay. Was denn? Okay, ich dachte gerade, äh, okay, das finale Kicker gewesen ist, ich dachte, unser Bett ist gerade zerstört worden, aber egal. Nee. Sag dir, mit weiß kommt's. Komm mir einfach nur spitzig jetzt und geht so weiter rüber. Nein, ich kenne spitzig hin, also, äh, spar dir, äh, geh rüber und tötig immer nur Dias, hol nur Dias, nur Dias holen. Okay, 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 okay. Dann müssen wir aufstocken, weil dann können wir uns immer besser Sachen holen. Ja, lass mal defensiv spielen. Und bevor du dir irgendwie ein Schwert holst, äh, hol dir ein Ding an das. Äh, wö, 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 wö. Ähm, wie heißt's, äh, 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 ach, ich komm gerade nicht drauf. Bevor du dir ein Schwert holst, äh, hol dir lieber eine Axt und upgrade die, weil die kriegst du schneller upgrade als ein Schwert. Hast du Proton? Ein Typ hat, glaube ich, ein Board oder so. Aber ich habe ihn. Ein Board? Ich habe ihn runtergeschlossen. Er ist richtig, richtig gut in Bad Wars, glaube ich. Ja. Das sind generell alle Soy commitments hier. Ah, Bob, 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 Bob. Ich warte nochmal schnell auf den Zettentier. Oh, okay, den Zettentier braucht noch eine Weile. Oh, topst. Ich brauche ... eine Schnecke, komm, 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 komm. Hast du Blöcke? Ne, habe ich nicht. Hier, hier, schnell, schnell, schnell. Dann hast du Blöcke, hast du Blöck, hast du Blöcke. Na. Ich habe genau ein Tier, aber egal. Ein Tier, eine passt. Ich habe noch fünf Gold. durch die Küste rein. Da hast du ein Deer. Ha? Ein Deer liegt da drinnen. In der Chest Redino. Ah, ich geh einfach mal hier rüber und blink die mal ein bisschen ab. So, ähm, bisschen Black Redino. So. So. Da liegt auch noch ein bisschen drinnen, gell? In der Chest. Ja, wir können ja nicht rüber gehen zu... Weiß. Ich komm schon, ich komm schon. Die sind richtig schlecht. Oh nice. Ich hab die Sachen, ich hab die Sachen. Ich hab einen in dir. Äh, ich brauch, ich brauch Blöcke, genau, Blöcke. Ich brauch einen in dir. Es ist, es ist. Ich soll einen lagern. Oder mach du gleich Bob. Ich lage jetzt einfach rein schnell. Ich hole mir die Sachen. Ich hole mir die Sachen. Du machst das alles in der Base. Ja. Äh, Jürgen, hol dir mal schnell Rüstung. Hol dir mal schnell gute Rüstung. Äh, warte. Mit dem Gold, mit dem Gold. Ich komm gleich eine erste Rüstung, ja. Geh wieder rüber und ärgere die ein bisschen. So. Ja. Ich mach noch, warte mal. Wir haben drei Dears. Was können wir hier upgraden? Äh, noch nichts. Noch nichts. Noch nichts. Ne, ich warte einfach, ja. Lass mich, lass mich. Ich komm wieder mit einem Dear zurück. Nice. Äh, geh du hin und mach Stress bei denen. Nimm dir eine Schere und mach Stress bei denen. Du kannst ihnen ihre Sachen abbauen. Okay, warte. Ne, warte, ich geh. Ich könnte eben früher. Ich könnte probieren. Oh mein Gott, hab ich grad keinen. Hab ich grad einen Combo unbedingt macht. Weil ich glaub ich hab, ich hab grad mit dem mit einem Tier runtergeschmissen. Egal. Scheiß ich irgendwie rüberkommen. Ne, du kriegst ja das Zeug, wenn der was hat, kriegst du das Zeug von dem. Aber ich hab ihn runtergeschmissen. Ich weiß, kriegst du trotzdem. Also wirklich okay. Ja, wenn du ihn killst. Ja, solange du ihn sozusagen geflaggt hast, dass du ihn killst. Dann. Dein Typ wird bissl. Da. Der baut sich grad hier hoch. Ja, ja. Ich bin schneller ab. Probier. Wie lange wird sich der hochbauen? Ja, das ist immer so ein Spiel. Warte, kannst du es noch aushalten? Wenn du es noch aushalten kannst. Ich bin runtergefroren. RIP. Egal. Wer ist jetzt erstmal da oben? Ist ja auch tot. Hä? Ist ja nicht. Er kommt. 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 Er schafft er nicht. Hubs. Was? Oh, ich bin runter. Hast du ihn? Oh mein Gott. Nein, ich hab ihn runter. Ich bin, ich bin. Ich kann irgendwie runter buggen und wieder zurück buggen. Keine Ahnung. War gar komisch. Okay, ja das war. Wenn du sowas hast, wenn du rumbugst, dann musst du immer kurz rechtsklick machen. Weil das ist manchmal. Okay, okay, okay. Ich komm eine Schere. Ich komm eine Schere. Ich komm, ich geh einfach rüber. Ich komm eine Schere und geh rüber. Flieh mir eine Schere nie, oder? Ja, geh rüber. Mach, 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 mach. Äh, koste nicht viel, was? Flieh mir eine Schere nie, oder? Warte. Ah. Äh, ja. Hol dir meine Schere. Hol dir unbedingt eine Schere, oder? Kannst du einen Feuerball holen? Hol einen Feuerball. Wenn du Feuerball holen kannst du. Ich weiß nicht, wie genug Essen haben, warte. Alter ist runtergefallen, der Plepp. Oh nein, ich hab nicht genug. Ich hab nicht genug. Oh oh. In der Kiste, in der Kiste, in der Kiste. Äh, wir haben nicht genug. Auch Mitte Kiste. Ich brauch genau eins noch, oder? Wie braucht man? 30, oder? Ah ne, 40. Okay, ich brauch noch ein bisschen was. Hab sie. Hab sie. Ja, ich brauch noch schnell einen Feuerball. Okay, ich brauch jetzt auch tot. Nice. Okay. Hast du Blöcke? Kannst du rüberkommen wieder zu uns? Äh, ja. Ich hab alles dazu was. Okay, okay, okay. Da gehen die Endes. Hä? Da gehen die Endes. Da gehen die Endes. Wir müssen den Feuerball zu Hause legen. Okay, jetzt haben wir das schon erstmal sicher. Wir müssen den Feuerball zu Hause legen. So. Ja, tu den, tu den mal. Wir haben jetzt so. Okay, wir haben jetzt vier Dias. Nice. Nice. Das ist jetzt unsere Tierstelle. Kann ich auch rüber bauen eigentlich zu den Emeralds, theoretisch. Naja, ja. Äh, und dann gucken wir, dass wir mit den Emeralds, dass wir so schnell wie möglich, äh, genügend Emeralds haben, damit wir, äh, ja, sicher machen können. Obsidian und so. Ja, warte mal. Bei uns. Ja gut, da ist ein Gelber grad drüben bei den Emeralds. Hier, Diamanten. Jetzt haben wir noch bessere Produktion. Aber warte, der Gelber geht wieder zurück. Eventuell kann ich den, sein Dings zerstören, seinen Weg. Ja, ich geh wieder zurück. Mach das. Okay, ich kann es ja wieder nicht zerstören. Glaube ich. Öpp-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah-dah. Okay, wir haben zwei Dings, warte mal. Warte mal, ich würde zerstören, einen europäischen Weg von jeder Insel da. Mach das. Hier ich seh… Ich seh. Ich hab, ich hab 2 Emeralds-Le correr grad geratht, besaved. Äh ja, dann komm mal her. Warte mal, warte mal, warte mal. Du kannst dir mittlerweile auch eine Portable Enderjust holen, ne? Das ist jetzt anders im Gegensatz zu den Taffeebohnen. Warte, ich warte noch 9 Sekunden. Dann kriegen wir gleich Emeralds 2. Vielleicht sogar 3, warte? Ja, es sind nicht mehr viele Leute am Leben. Also nur noch von uns sitzt noch das über irgendwie. Warte, ich will mal kurz fallen. Es ist eine Falle. Nice. Ja doch, ich glaube da komme ich rüber. Dann nehme ich die Emeralds hier auch noch mit. Geil, ich habe 3 Emeralds. Ich habe 3 Emeralds. Die Frage, komme ich da rüber? Ja, oder? Nice. Gibt es irgendwo noch andere Dias stellen, wenn du noch Dias mitbringen kannst? Ich kann schauen, aber ich habe Emeralds grad. Ja, dann komm her, komm her. Du bist... Komm zurück. Da will ich einen aufhalten. Oh. Nice. Alter, der hat richtig viel Zeug gehabt. Oh mein Gott. Er kommt zurück, ich glaube der... Er ist jetzt endgültig tot. Lager ein. Lager ein. Warte. Lager ein, pass auf. Der Mate kommt. Komm schon, der kommt schon. Falle ausgelöst? Er ist da. Er baut es wieder hoch. Hast du Feuer? Ja, ja, ich hab ich. Nice, ist er unten? Oh mein Gott, er hat richtig viel Damage verloren. Nice, nice, nice. Guck mal, was wir jetzt alles in der Kiste haben. Nicht viel hat er gehabt. Ja doch, er hat 30 Gold gehabt. Ja. Nice. Okay, Gabe will pushen, Gabe will pushen, oder? Ah, Gabe will uns auch Dings, das sind richtige Schwitzer, Julian. Du musst aufpassen. Okay, okay, warte. Wir müssen defensiv jetzt spielen. Hast du noch, hast du noch Smaragdor? Ja, Ding, 3 drinnen in der Chess. So, ähm, was kann ich noch kaufen? Ich komm mal noch ein Dings, ein Feuerball. Die sind richtig bad, alter. Oh, bam. Okay, Feuerball liegt wieder drinnen bei uns. Probier den jetzt mal ein bisschen, ja, ja. Probier den mal ein bisschen. Okay. Ja, kannst du gucken, ob du Obsidian dir freischalten kannst? Ich muss gucken, wo Gabe ist. Obsidian, ähm, ja, kann ich. Okay, hab 4 Obsidian, muss ich es hingeben? Äh, um das Bett drum herum. Okay, warte, dann bräuchte ich eine Axt kurz. Musst du aber irgendwie defensiv oder so machen? Ich weiß, ich weiß. Sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Äh, alles gut, alles gut. Wir kommen, hast du noch Feuerballer? Hast du noch Feuerballer? Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Okay, gut, dann warte noch, bis ich sage. So, Feuerball. Wow, 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 wow. Ich hab nicht grad noch ein paar Emeraldos geholt. Weil die kommen gleich jetzt, ne? Die werden gleich kommen. Ich glaube, er war noch vor uns erst tot, gell? Okay, nice. Ja, aber sein Mädel ist noch dabei. Ja, ja, warte, keine Ahnung, wo die ist. Ich baue mal kurz schnell um das Bette rum. Irgendwie, so. So, irgendwie passt das schon so. Ja, doch, es passt so. Ich sag, jetzt kann er noch. Wir haben schon wieder Emeralds. Hast du es kommt? Ja, ich weiß. Achso. Ne, ne, ne. Ich hab ja was geholt. Stimmt, ich kann die Pushen probieren. Ne, 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 ne. Wir spielen jetzt das safe. Wir machen jetzt das sichere Spiel. Okay, okay. Ich hole trotzdem wieder Emeralds mal. Mal, okay. Ich hab uns mal Schutz geholt, ja. Ich hole mal Emeralds wieder. Emeralds. Äh, ja. Dears. 4 Dears, nice. Lass uns das graue. Wir müssen auf das graue Team vertrauen, dass die sich jetzt an die dranschmeißen. Die Emeralds. Ja, ich hole grad die ganzen Emeralds. Die ganzen Inseln. Ich heiße halt nicht, wo die grad sind die Leute. Ja, die könnten sich aber auch unsichtbar gemacht haben. Ich glaube, ich muss noch nichts. Oder. Ja. Ja. Könnte halt sein. Besser wärs. Dein Föller. Aber bei mir ist er einer. Kommt er zu dir? Nee, er muss sich rüber bauen. Okay, 3 Sekunden und zwar noch mehr. Okay. Hüftebier. Wie heißt der? Rocksack, Rocksack LP. Wow, hinter mir. Oh, oh. Hallo. Ja, ich springe rot. Warte, ich hab's überlebt. Ich hab's überlegt gegen mich. Oh mein Gott. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Geld ist hinter dir, Geld ist hinter dir. Ich helfe dir. Bitte. Bitte. Sag das runterfällt. Egal. Nee. Ich hoffe nicht, dass der andere. Oh mein Gott, ich hab so viele Items. Ich bin irgendwie runtergefallen, aber irgendwie nicht. Ja, warte, Jan, ich kommentiere dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so was. Weißt du wie ein Boon? Ja, geht zurück. Oh mein Gott, finish. Also ich bin runtergefallen, ich bin wieder hochgeklitscht. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Oh lol, wir gewonnen, oder? Oder? Nee. Nee. Achso. Achso. Hä, der ist irgendwie grad Sieg standen. Egal, ich hab grad irgendwie Highpixel, ich bin grad Uplevel, irgendwie Highpixel Level, oder sowas. Oh lol, 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 lol. Oh mein Gott. Das heißt, warte. Gelb lebt noch, das Ding. Haha, die haben nichts gekriegt. Ich hab 5 Emeralds, ich hab 5 Emeralds. Ja. Ja, okay, gut, dann, äh. Was soll ich kaufen? Ähm, Dinge sinds, dann hol dir vielleicht nur... Ach. Rüst, dauerhafte Deerrüstung. Hast du schon dauerhafte Deerrüstung? Jetzt, jetzt hab ich. Wir haben immer noch zwei. Und 7 Deers, 7 Deers, warte. Was kann ich mit 7 Deers kaufen? Äh, sterfe, kannst du sterfe machen? Ganz links. Äh, ja, kann ich. Ja, hab ich. Nice. So, ich leg Deers wieder rein. So, jetzt kaufen wir noch einen Feuerballon und geh wieder auf Suche. Ja. Genau da, äh, wie kostet die Chest? Brauchst du jetzt, äh, draußen und nicht ganz Simgold. Eliminiert, glaub ich. Aber ich glaub... Eingefinished. Ich kauf mal die Portable Dings Ender Chest hier. Ender Chest Redino. Ja, da kannst du die ganzen Sachen reinknallen. So, ich schau gleich, dass ich, ähm, nachher... Warte mal, ich brauch noch mehr Blöcke. Dass ich nachher irgendwie, ähm, Deerscheck kaufen kann. Ich glaub, das wär ganz praktisch. Ja, die haben voll... Die haben ihre ganze Dings auch voll mit Dingensens. Okay, okay, okay. Wär gelb? Oder grau? Okay. Ich seh grad, jede Base hat ein anderes Dings, oder? Weiß, anderes? Irgendwie jetzt weißt, so ein... Komisches Dings, so ein Chicken oder so ein Schaf hier drauf. Mit der Base. Ne, das ist normal. Du kannst dir Sachen sozusagen freischalten. Achso, achso. Gelb. Alles voll mit Deers. Ah, mit Abtopsidien. Ich renge grad wieder meine... Morgenrunde her. Bei den Emeralds. Ich hab vier. Vor allem, das soll halt auch noch einer sein. Ja, die war das... Das sind Deers. Okay, da vorne... Ne, warte mal. Grau lebt... Ne, grau lebt gar nicht mehr. Es liegt nur mit Gelb. Ich glaub, die verbauen sich auch die ganze Zeit. Ja, ich würd sagen, dass wir unsere Sachen... Alles bei mir, alles bei mir, alles bei mir. Okay, komm. Gehst du, kriegst du Sinn? Wow. Ja, ich krieg's hin, glaub ich. Huh. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab übelst für Emeralds und Deers. Okay, ich hab acht Deers und so. Okay, komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Die kommen gleich wieder, die kommen gleich wieder. Die werden, die werden pushen wollen. Ich bin da, ich bin da. Die pushen, die pushen, die pushen, die pushen. Die sind direkt hinter dir. Bin da. Ich bin da. Ich kauf schnell, äh, was kann ich kaufen? Ähm... Hier, Rüstung. Ja, versteckte Rüstung. Von der, nicht versteckte. Von der, nicht versteckte, versteckte Rüstung. So, Deerschwert, also, so. Ich hab Achievement freigestellt. Ähm, Ender Chess, keine Ahnung. Ich hab noch drei Deers, was mach ich mit denen? Ähm, keine Ahnung. Heilungspool, hellungspool ich mach. Was kann ich noch machen? Ich glaub's war's eigentlich, äh, doch, dach. kann ich doch meiner dings machen oh mein gott wie viel haben wir eigentlich manchmal dinge ja wir müssen dann gucken dass wir uns auf eine spitzhacke wir müssen jetzt gucken kannst du mir noch ein paar emeraldos besorgen damit die dir rüstung kriegen wir gucken oder warte mal ich habe vier emeraldos was kostet die rüstung 46 ok warte weil ich sage mal hier an muss sie kurz kaufen als spitzhacke kommen die kommt schon wieder kommt schon wieder kommt schon wieder kommt schon jeder hat auf okay okay da laufen ich bin και sono ci parte wypade ich habe alles auf dir okay das was hebt ja ist tot es tut man die schwerte dass noch haben was relations ich bin volgt ich hab alles auf dir ok es ist das ding soll ich gehen auch eins ich brauche auch mal so sachen ist halt das ding soll ich gehen und ne lass mich das bleib du da tank du musst jetzt du bist das monster tank ich hab alles auf maximal ja ich weiß aber bevor du das verlierst weißt du bleib du lieber da weil dann kann ich losziehen und mir schnell die ganzen sachen holen ok ok eigentlich richtig gute runde grad braucht nur noch ein emerald und ich habe zwei wo sind die müssen unbedingt gelb zerstören jetzt gehen wir gleich wo ist denn gelb gelb ist direkt gegenüber von uns also geradeaus ich könnte mal angreifen ja kurz ich weiß halt nicht ich glaube wir müssen angreifen wir müssen noch ein paar dias sammeln weil die verbesserung ist dass wir tanky sind ok 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 noch ein paar ich wollte mal ein bisschen rüber zu denen dann irgendwie auch noch ich brauche noch wenn du kannst bräuchte zwölf dias ich habe einen dir warte momentan ok jetzt habe ich abgeräumt wieder zu kommen wieder ok die kommen wieder irgendwo in der mitte oder so ich kann mal abbauen eines kann aus der weg flogen hallo hallo bist du da internet ział hochwarte ich geh mal zurück ich geh mal zurück ich geh mal verschwick oh oh ich glaube der kommt er kann kommen wird dir nichts nützen er hat halt wirklich fast überlebt ja ein paar blöcke kann es auch rüber kommen oder nein also ich habe ja ich habe es gerade hingehaut vier ds kommt zum kopf kommt also ok warte mal ich habe genug blöcke ich hoffe sie haben kein ds und einer kommt schon wieder einer kommt schon wieder ich könnte pushen probieren ich brauche es auch oder warte mal der gd wieder zurück ich gehe auch noch nach ich hätte unbedingt ein ds mitnehmen sollen ok 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 jetzt ist unsere produktion auf maximal emerald gespawnt nice die holen wieder emeralds sie werden gleich probieren zu pushen der eine ist wieder zurück und das ist eine ist gerade wieder zurück ok hier sind auch noch ein paar welcher hier ist oder vier ds ok nice enderperle ich habe eine enderperle schon mal einer kommt schon wieder er kommt schon wieder nun könnte ich nicht mehr sein lassen verstehen die einfach nicht ich habe feuer bälle und ich bin ja der fremden er kann sich checken er kann sich stecken nein 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 nicht schießen nicht schießen und dann ich irgendwie boostet es richtig low oh mein gott nice ok wie viel amorous boss du noch also wir brauchen generell für den push den ich ja ok wir brauchen jeweils eine pender enderperle und dann brauchen wir unsichtbarkeit also zumindest einer brauche also ich würde sagen ich mache den sneaky angriff und du machst dann den rush weißt du das meine ja ok wir brauchen wenn du es schaffst dass wir dias kriegen relativ guckt dass du so viele dias wie es geht nur kriegst ja ich habe ich nicht gerade dabei aber ich hole gerade alles geht gerade zu denen auch hin also bei denen an dir es sind gerade beide in der base sind beide in der base und kraft schnelligkeit aber der baut gerade könnte die rückte schnee mache ich nicht ich habe keinen weg von den abbau der wort das verfahren ich habe jetzt ein paar tränke reingehauen ich habe halt angst dass der jetzt so ein ding hat so ein feuerball ja ich habe vier emeraldos gerade jetzt sechs jetzt acht jetzt habe ich angst oder kommt der? ne warte der ist zurückgegangen gleich wieder jetzt 9 1 emeraldos aktiv wird freigeschaltet smaragd sammler bam also ich habe jetzt äh uns dingsrums da geholt 12 dias 12 dias sind 9 smaragd da kommen wir jetzt ok 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 ich muss jetzt gucken dass ich es äh rechtzeitig schaffe weil guck dir an was wir alles haben oh my god nimm du äh warte mal wir hat 12 dias ja alles klar das kann ich mal damit holen ähm ok kacke wir brauchen noch vier dias und dann ahhh ok ok warte ich hole schnell ich hole schnell ich hole ganz schnell weil dann hat man maximale rüstung dann können wir einfach anfangen zu klatschen du freundlich droht du fliegen das ist das ding die bauen sich auch grad defensiv richtig defensiv ok ich hab drei dias ich geh schon jetzt zum anderen tierding ich höre dir meine dias schwert ich hab schon tier schwert ich hab alles ja aber falls du stirbst du wirst wahrscheinlich sterben ja mach mal alles zwei mal ja ich mach rüber das andere hier links okay nice das mark убийs gleich Ok, ok, okay, okay nice, 7 déers kommen und gleich wieder 2 ist markt ja ich glaube das markt da brauchen wir eh nicht mehr oder das markt der immer mitnehmen ok oder solche ist große nee ich gehe jetzt nicht hoch der ist gekickt worden unsere chance glaube ich ja unsere chance ich würde das umher du bist du wirst du sagen die nachhut ok und ich habe schon wieder ein erfolg freigestalten diamant sammler ok ich habe jetzt elf dir sind zwei es mag der noch ok nimm du den feuer war hier aber nicht rechtsklicken pass jetzt haben wir die perfekte chance machen wir das ich ab und soll oder ich baue ab und du kümmerst dich um die ganzen anderen du wirst mich sozusagen verteidigen werde ich wie ein bekloppt da probiere mich durch zu schnell durch zu fressen typ glaub ich auch aber dem übelst viel dir dings hast du die spitzhecke ja oder ich hab da schon drüber warte eigentlich ja wir nehmen lieber ich wäre fast unterflogen glatt irgendwie boah der hat alles zu baut bei ihm du jetzt mal nicht fast switchen weil sonst geht dann auch was schief ok schnelligkeit hast du alles drinnen warte ich fliege es tut er ist doch nicht er hat er ein holz werden in der tasse ok das ist eine gute und gerade im letzten moment jungen alter jahre 1 das war jetzt so richtig hartgeplanter rush der wüsste gar nicht was ihm bei allein war aber ja lasst ab und like da für mehr minecraft master bilders master bilders microsoft bad war es mit soaps und like da für mehr kraft beder schau